Hier Wolf mit dem Sebi, mit mir, also der Sax Wachs und wir haben uns hier ein ganz kleines, ruhiges Örtchen ausgesucht, wo ganz, ganz, ganz gar nichts los ist, das es uns super gefällt, weil wir erstmal ein bisschen was aufbauen wollen und nicht ständig angegriffen werden möchten von irgendwelchen Fleischfressern, weil wir möchten hier die Fleischfresser sein und wir müssen die dominantere Rasse hier sein. Ich gehe jetzt erstmal ertrinken, fischen. Hallo Fische, guck mal, es sind gar keine Fische hier, die uns irgendwie angreifen. Ich glaube in der Abend gibt es keine. Doch, da kommt einer. Aber auffassend, dass du dich nicht verreckst, gell? Äh, Luft, Luft ist noch gut. Alter, ist. Oh, zurück, zurück, hoch. Alter, wieso habe ich so. Die Jäger des verlorenen Schatzes, er kommt doch, er ist aber auch blöd, wenn man mal Fisch braucht und keiner, wenn man da nicht angegriffen wird, da muss man echt tief rein. Kannst du so viel atmen? Ne, was ich eigentlich auch ganz cool fände, wäre, einen Charakter zu haben, der wirklich gut tauchen kann, weil es gibt da unten auch irgendwelche Höhlen im Wasser, ne? Ich habe mal einen gesehen. Äh? Der ist mit so einem Kroko darunter. Ja, ich glaube, der hat sich unter Wasser irgendwie, äh, eine Base gebaut. Also, ich habe nur gesehen, wie der da abgetaucht ist, denn der war, der war verschwunden. Also, denke ich mal, hat er da unten eben eine Höhle gefunden mit seinen Kroki und hat sich da breit gemacht. Okay, der sollte vielleicht für erst erreichen, oder? Ja, der würde... Sieht doch ganz gut aus. Joa. Oh, gleich ist das. Also, es ist nur ein bisschen, aber macht es sich heller. So. Also, eigentlich könnte ich ja für drinnen noch ein, äh... Stroh brauche ich, ein Lagerfeuer machen. Stroh. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Wieso hat der eine Maske auf? So. Mal sehen. Ich glaube, gleich, Maike kommt zu uns. Maike! Nein, den müssen wir bannen. Ja, ist klar. Ich sehe dich. Schön. Zebi, Level 6. Ja. Mhm. Weil ich baue jetzt, deswegen bin ich schon Level 6. Ich glaube, ich mache mal hier so ein Drogen-Dingsbums. Nein, ich wollte ein Feuer machen. So. Jetzt habe ich immer noch kein Stroh gesammelt. Warte hier, äh... Ich schmeiße dir mal dieses... ...diese Fasern raus. So, so ein Fackel kannst du hier in der Wohnung machen, gell? Okay, dann mache ich noch eine Fackel in der Wohnung. Ah, ja, da. Ah, ja, da. So, so reichen. Stroh, ja. Ich muss... Ich muss auf jeden Fall Stroh machen. Sammeln. Gib mir Stroh. Ähm... Das brauche ich... Jetzt werden die Wege schon etwas weiter. Oder länger. Die roten hier alles. Scheiße. Na ja, ich habe zwei Dürer oder so hingemacht. Verhunger schon wieder fast. Ne, machen wir es auch. Dann mache ich 7. Ähm... Zerreißen, nochmal. Dass ich nicht zu viel trage. Passt noch. Alter, wie schnell man hier überladen ist. Drei Bäume gehackt und schon, äh... Ja, weißt du, wie viel wirkt an so ein Stück Holz? Ja, ich weiß schon, aber... Bin das nicht gewohnt. Also. Da hinten sind wir... Ja, muss man aufpassen, meine liebe Jungen. Was ist? Hm... Fast abgekackt hier. Fünf. So. Geh doch. Neun. Habe ich viel, brauche mir? Ja, ja. So. Mir wird etwas fehlen. Ähm, ne, ich glaube, wir machen erst eine Fackel. Hose? Da fackeln wir nicht lange, hä? Ich stelle dir mal hier eine Ecke, ne? So, so, da, so. Auf der Mitte wird am besten. Ja, aber dann stört dich doch, wenn man jemand anderes bauen will. Nein, nein, werde mich nicht stören. Jetzt habe ich es in die Ecke gestellt. Egal. Reicht doch von vorne. Das reicht doch. Das ist doch gut, oder? Äh, hast du noch Stroh? Ja. Da, hier hast du Stroh, ich habe noch neun Holz, falls du brauchst. Ja, ne. 18 Holz, Frau, hier ist noch ein bisserl. Oh, Leder. Ja, das reicht, Monta. Aber kannst du mir Stroh noch sammeln, weil davon brauche ich sehr viel. Ja, warte, ich gucke hier. Nein! Die will ich machen. Alter, ich bin Blut. Was hast du gemacht? Ich habe Boden gemacht. Boden? Ach so. Ja, mache ich so. Dann stellst du hin und reiß wieder ein. Ne, mache ich so. Dann kriegst du auch einen Teil wieder. Der kleine Dicke hier, ey. Halt es mal, Mann. Halt es mal, Mann. Ich finde es lustig, wie du aussiehst. Das ist echt originell. Finde ich gut. So, ey, ich bin total überladen. Ich müsste eigentlich mal was hier, Gewicht, ja, hier, komm. Du musst mal ein bisschen mehr schleppen können, Kumpel. Die Handschuhe. Die Schuhe. Nein, nur einmal. Scheiße. So. Äh, kommst du raus? Warte. Wir haben echt fast am Glück. Ey, ich hab, okay, ich muss noch ein paar Steine sammeln. Wir müssen mal eine... Hallo? Ciao, was kommen wir jetzt gleich? Was? Was? Yeah. Was noch da oben? Okay, das dauert eine Weile. Ich sammle so lange Steine. Ich sammle so. Ich muss eine Kiste anbauen für die Steine. Dann kannst du irgendwo abbelagern. Ja, ich möchte nämlich Drogen basteln, damit wir was zähmen können. Und am besten mit dem Bogen. Das kannst du jetzt schon machen, gell? Hm. Warte mal, gammeliges Fleisch brauchen wir dafür, ne? Und diese Narko-Bären. Da, das gibt's was, was. Oh. Hier, was bemerkt, was ich muss machen jetzt? Ich muss was essen. Ja, ich vergesse das zwischendurch auch immer wieder. Ja. 64. Ich erstelle. Ich erstelle nur alle Bären. 50 Bären. Ein Stein brauche ich noch. Wie viel habe ich schon? Nein? So. Ah, jo. Sollte erstmal reichen. Dann machen wir das mal fertig hier. Also häuschen ist bald fertig, gell? So, wir können Drogen basteln. Ich will einen Bogen haben. Das macht voll Bock. Mit dem Bogen rumzuschießen. Ups. So. Du bist so breit, du passt fast gar nicht mehr durch die Tür. Ha, ha, ha. Sehr lustig. So, ich stelle das Ding hier in die Ecke. Warte mal, hier so. Okay. Äh. Da. Boah, ich bin so Idiot. Naja. Ey, die muss man auch erst wieder lernen, oder? Wie war das nochmal? Was? Das zu machen. Nacko, ja klar. Mann, das nochmal. Das ist Nacko. Das ist... Weißt du, wo ist Pinsel? Pinsel? Ja. Da, wo hast du dieses Ding hier hergestellt? Ja, da. Un-Learn. Narko... Narkosemittel benötigt 6 XP. Das muss ich machen. Genau, das ist das. Äh, mir fehlt zwei. So ist... Das ist mies. Was zwei? Punkte? Zwei Punkte, um das zu erlernen. Okay. Der Haus ist gleich fertig. Egal, da muss ich jetzt irgendwie leveln. Ich muss was töten. Da ist es. Es ist da unten. Na? Och. Wieso mag ich das schon wieder, dieses fucking Fehler? Was ist denn das alles? Oh, zwei Schlafsäcke. Echt? Was sind denn diese bunten Dinger? Verwende dies, um ein Portal zur Brutmutter zu generieren. Oh, Alter. Eigentlich kaputt. Ah, nicht kaputt. Hm. Ah, diese Dinger, ja. Ich nehme nicht alles raus. Lagerfeuer, Fleisch. Oh, die Wasser können wir ja nehmen. Nein, 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 nur jeweils Wasser. Schlafsack, ja, da muss ich nicht herstellen. Nee, komm, nehmen wir. Kann man ja einen Schlafsack kaputt machen. Komm, ja, halbe Ressourcen sogar. Mhm. So, was willst du noch nehmen? Lagerfeuer. Ich nehme Wasser hier, genau. Beeren. Lagerfeuer. Eins. Ja. Den Rest können wir eigentlich auch mitnehmen, oder? Und dann in eine Kiste einfach packen. Ja. So, ich habe jetzt alles genommen. Ähm. Nee, es ist dunkel. Scheiße. Danke. Kein Problem. Du brauchst Licht, hier. Ja, es ist ausgebrannt. Licht. Habe ich noch Holz? Jetzt habe ich kein Holz mehr. Kannst du schon eine Kiste bauen? Nee, ne? Warte. Ah, ja. Bisschen Löffel ab. Gerade. So, Kiste. Ja, kann ich. Schrank. Dann baue mal eine Kiste, bitte. Schrank kann ich nicht. Schrank. So. Dann hast du das hier gerichtet. Schlüssel leeren. Ich habe das. Ah, Bett. Nein. Ich konnte Bett herstellen. Was konnte ich da herstellen? Bett konnte ich, aber egal. Dann mache ich vielleicht im nächsten Level. So. Das habe ich vergessen, weil ich wollte. Ich wollte irgendwas machen. Holz sammeln. Warte, ich mache das hier ein Code. So dunkel, ich sehe nichts. Blind Holz sammeln, Scheiße. Da ist was. Hey. Kannst du rein? Oh, ich bin schon wieder überladen. Was? Wo bist du? Ich habe hier ein bisschen Holz geholt. Ja. So, was brauche ich? Was brauche ich für diese Kiste? Eine Kiste kann ich herstellen. Ja, super. Nur eine. Aber immerhin. Da hinten ist noch eine weiße. Also so ein weißer Strahl. So, jetzt habe ich meine Lampe gelöscht. Meine Fackel. So. Warte, ich komme und bringe das Zeug da rein. Wo ist die Kiste? Da. Ah, da. Alles klar. Ähm. Schlafsack. Mann, ich brauche jetzt schon wieder. Leck mich am Arsch. Habe ich auch Schlauße genommen? Ja, habe ich. Sehr schön. Hier ist 49 Holz drin, falls es brauche. Wollte ich nicht auch irgendwas machen? Was kann ich eigentlich noch machen? Was brauchen wir? Ich habe noch einen Schlafsack auf den Boden hingestellt, gell? Mhm. Das, wenn wir sterben zu oft, dann, ja. Dann, warte mal, ich habe die Schlafsäcke da reingemacht. Einen Schlafsack. Also, ich habe auch eins genommen von dort. Hier sind zwei Schlafsäcke. Dann packe ich den auch da hin. So, ich habe den noch kurz gemacht, gell? Dann sieht es auch viel gefährlicher aus. Wie eine richtig große WG. Besitzer von Yugi. Besitzer von Sebi. Sebi. Sebi hat hier zwei Schlafsäcke. Ich rechse die ab. Da haben wir Sto-Fasern und Leder. Äh, das ist blau, gell? Ich weiß nicht, was für Level brauchen die. Kannst du schauen. Nun? Äh, Mike, du wolltest nicht hier kommen oder was? Um vier hat er gesagt. Ja, jetzt ist wir. So. Irgendwie. Okay, ich komme zu dir zurück. Wir gehen schlafen. Die Folge gleich zu Ende. Eigentlich wollte ich ja noch was töten. Um ein bisschen zu leveln. Ja, morgen kann ich, äh, später können wir machen. Oder sowas. So. Sammle ich noch ein paar Fasern. Wieviel brauche ich denn noch, um zu... Oh, Mann. Ist ja noch voll viel. Um fürs nächste Level. Ich hätte die Klamotten nicht machen sollen. Hier hinten. Ach, bist du auch sechs? Nee, ich bin sieben. Ich bin level sechs. Ich muss erst mal gucken, wo das steht. Was? Was steht? Welches Level ich bin. Äh, Druck E in ganz Augen, wo es ist dein... Ja, ich hab's jetzt gefunden. Ich weiß. Ich hab gedacht, ich bin auch sechs, aber ne, ich bin ein Level höher als du. Weißt du wieso? Mhm. Weil ich hab alles gebaut, deswegen. So viel gebaut und deswegen bin ich schnell aufgestiegen. Mehr Punkte. Naja. Hi. Oh, der... Hi. Wer hat dir Hi gesagt? Äh, ich. Ich hat... Zu den Dino hab ich gesagt. Hi. Du warst... Ich hab schon gedacht, ihr wär ein Mädel. Hä? Was jetzt? Entweder im TS oder hier im In-Game jetzt auf einmal so. Ich wollte gerade schon meine Lanze zucken und dann so Hi und dann bin ich tot. So. Ich glaube, die anderen sind nicht da. Wer ist nicht da? Unser Nachbar. Nee. Ich hoffe, die sind nett. Sind bestimmt nette, oder? Hoffen wir. Wir können ein Schild hinstellen. Und sagen, wir sind nett. Eure Nachbarn. Und dann stellen wir eine Begrüßungskiste hin. Mit Sachen. Okay. So macht man das heutzutage. Früher hat man Kuchen gebracht oder irgendwie einen Hackbraten oder so. Und wir bringen dann, weiß ich nicht, Gedärme. Was haben wir hier? Was können wir denn bringen? Ein paar Bären. Ähm. Kommst du nach Hause? Nachbären. Ja, warte. Ich komm. Wo bist du? Wo ist das? Ich komme. Warte. Hallo. Ich hab Schimm gebaut, gell? Hast du sehr schön gemacht. Tür zu. Ja, und du bist raus. Tür zu. Die Fakten muss ich ausmachen. Ich hab das Passwort gemacht, gell? Rein. Dass niemand kommt. Okay. Nur wir dürfen einfach so rein und rausladen. Musst du mir gleich noch sagen, das Passwort. Nee, musst du nicht. Scheiße, aber meine Aufnahmen, die wissen schon, Manu. Manu. Egal. Ja, dann sagen wir jetzt Tschüss. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.